Glatter Fertigkeller Glatter Fertigkeller ist der europaweite Spezialist und Marktführer in der Herstellung und im Bau von Fertigkellern. Wir bieten unseren Kunden sämtliche Leistungen rund um den Kellerbau. Unser umfangreiches Dienstleistungsspektrum umfasst unter anderem Statik, Werkplanung, Erdarbeiten, Abdichtung sowie Dämmung. Im eigenen Betonfertigteilwerk produzieren wir sämtliche Betonfertigteile, die für den Kellerbau benötigt werden. Vollautomatisiert nach individueller Planung des Architekten. Passgenau für den Einsatz auf der Baustelle. Sie sind als Projektleiter für die Abwicklung unserer Bauvorhaben zuständig und tragen die Gesamtverantwortung für das Projekt, beginnend vom Bauanlaufgespräch bis zur Abnahme. Das Bauanlaufgespräch ist für die Klärung sämtlicher offener Fragen und aller baurelevanter Abläufe mit dem Bauherrn wichtig. Was mir persönlich gut an dem Job gefällt, ist die Abwechslung zwischen den ganzen Bereichen, die ein Projektleiter durchläuft, wie zum Beispiel der Kontakt mit Kunden, Kontakt mit den Montagekolonnen, Außendiensttätigkeit, aber auch Bürotätigkeit. Unter anderem bestelle ich die Statik, veranlasse die Werkplanung, mache Plan- bzw. Produktionsfreigaben, erstelle das Leistungsverzeichnis für unsere Kolonnen und koordiniere alle Projektbeteiligten. Gefragt ist es auf jeden Fall Organisationsgeschick, da viele Projekte parallel laufen und alle Projekte gleich gut betreut werden müssen. Sobald das Baustellengespräch erfolgt ist und der finale Planungsstand inklusive Statik vorliegt, erfolgt die Produktionsfreigabe durch den Projektleiter. Ein industrieller Hightech-Prozess beginnt. Just in time und in der passenden Versetzreihenfolge werden die Fertigteile nach der Produktion direkt an die Baustelle geliefert. Bei der Montage beginnen wir zunächst mit den Außenwänden, den sogenannten Elementwänden. Im Anschluss werden die Innenwände als Betonmassiv-Fertigteile gestellt und abschließend die Elementdecke verlegt. Elementwände und Decke werden anschließend in einem Guss betoniert. Ein homogener Verbund entsteht. Nach Fertigstellung des Kellers erfolgt die Abnahme zwischen Projektleiter und Bauherr. Hier wird per Checkliste unter anderem geprüft, ob der gebaute Keller mit den Planmaßen übereinstimmt. So werden beispielsweise Deckenhöhe, Abläufe und Durchbrüche mit der Maßvorgabe verglichen. Wir bei Glatthaar Fertigkeller bieten unseren Mitarbeitern mehr. Wir ermöglichen selbstständiges Arbeiten, einen hohen Grad an Verantwortung und weitreichende Kompetenzen. Damit leben wir unser Leitbild Freiräume gegen Leistung. Unsere Mitarbeiter und deren Wohlbefinden stehen für uns an erster Stelle. Ganz besonders stolz sind wir auch auf unser gutes Arbeitsklima und den tollen Zusammenhalt unter den Kollegen. In unserem DEKRA-zertifizierten sechsmonatigen Einarbeitungsprogramm werden Sie durch erfahrene Paten in die Glatthaar-Projektleitung eingearbeitet. Nach Ende des Einarbeitungsprogramms erfolgen regelmäßige Weiterbildungsaktivitäten, da wir großen Wert auf einen kontinuierlichen Lernprozess legen. Sie erwartet eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten. Durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit eines Homeoffice-Arbeitsplatzes können Sie von Ihrem Wohnort aus für uns als Projektleiter tätig sein. Wir bieten Ihnen eine leistungsorientierte Entlohnung und honorieren Ihren überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz gerne. Neben zahlreichen Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements führen wir daher regelmäßige Mitarbeiterbefragungen und Mitarbeitergespräche durch. Gemeinsam erfolgreich arbeiten